Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man kann dich verstehen. Gebt mir mal kurz in den Chat rein, ob mein Ton gut ist. Sehr gut. Ja, ich glaube, ein paar Sekunden warten wir noch, bis die letzten dann auch drin sind. Und dann starten wir pünktlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay. Okay, ich denke, jetzt ist eine Minute nach 19 Uhr. Wir sollten starten für alle, die pünktlich da sind. Und ja, dann werden wir mal loslegen. Ich starte zunächst erst mal das Dubai-Event und dann starten wir mit der Präsentation. Ja. Dubai-Atlantis Hotel March 24, 2018 3,000 guests from 80 countries arrived to participate in a milestone event in one of the world's top financial centers. 14 hours of amazing news and epic premieres. Celebration of Platin coin joining the cryptocurrency exchange. Presentation of new products. An impressive award ceremony to honor partners that had reached higher ranks. im The ceremonial opening of Platincoin Diamond Club. A fabulous show, all of these things were covered by Platincoin Dubai Event. Platincoin Dubai Event has already gone down in history. The new Platincoin Age is just starting. Platincoin, the time is now. Platincoin, the time is now. Die Vermögen sind angestiegen und weiter nach oben gegangen und es gab erstmals die Situation, wo es möglich wurde, dass eben auch ein Otto Normalverbraucher ebenfalls in diese Sphären kommen konnte. Und die Zahlen belegen das ganz eindeutig, denn 2009 gab es auf der ganzen Welt ungefähr 8 Millionen Millionäre, eine Zahl an der sich lange Zeit eigentlich so gut wie nichts geändert hat und dann so circa um 2015 rum, da ging es dann erst so richtig los bis 2017. Da hat sich dann schlagartig die Zahl der Millionäre mehr als verdoppelt und ist innerhalb von nur 2 Jahren auf 17 Millionen Millionäre weltweit angestiegen. Und ihr fragt euch jetzt sicher gerade, wie konnte das passieren? Welchen Hype muss es wohl gegeben haben, dass es zu einer Verdopplung der Millionäre weltweit gekommen ist? Ich kann es euch sagen, wir sind im Zeitalter der Kryptowährung angekommen, die diesen sprunghaften Anstieg der Millionäre weltweit möglich gemacht haben. Und dieses Zeitalter hat begonnen mit der Antwort auf die Finanzkrise 2008, als Lehman Brothers pleite ging, gab es eben den allerersten Muttercoin, sozusagen den Picasso unter den Coins, den Bitcoin. Der Bitcoin ist gestartet 2009 mit nur 10 Cent und die meisten wissen es vielleicht, wo der Bitcoin heute aktuell steht. Es sind irgendwo so um die 10.000 US-Dollar, ich glaube, heute liegt er aktuell so bei 8.500, 9.000 US-Dollar. Das schwankt eigentlich täglich. Und das heißt, mit dem Bitcoin haben wir demnach aktuell eine Rendite von sage und schreibe 10 Millionen Prozent. Und ich denke, da spreche ich für die meisten hier, dass so ein Wachstum mit so einer Rendite noch nie jemals irgendwo in einer Branche erreicht wurde. Ja und hier auf dieser Folie könnt ihr es nochmal ganz deutlich sehen, 2009, wie gesagt, ist der Bitcoin gestartet mit 10 Cent und aktuell steht er bei ca. 10.000 US-Dollar und das sind unglaubliche 10 Millionen Prozent Rendite. Ja, das ist eine Zahl, die ja schon fast unglaublich ist und ich muss sagen, ich habe damals, als mir der Bitcoin vor ein paar Jahren angeboten wurde, dankend abgelehnt. Zu der Zeit war ich einfach nicht offen für diese neue Technologie und habe selber deshalb auch diesen ersten Zug verpasst. Für mich war das einfach nur digitaler Unsinn, der zudem noch nicht einmal eine Gegendeckung hatte. Und mir war damals nicht ersichtlich, wo diese Reise überhaupt hingehen sollte. Und dann ist der Bitcoin nach oben gegangen und hat bereits tausende Prozente gemacht und ich dachte damals immer noch, naja, der Bitcoin, das kann nur eine Eintagsfliege sein. Und dass der Bitcoin eben keine Eintagsfliege war, das soll dieser Chart nochmal ganz deutlich machen. Es kamen nämlich dann auch noch weitere Coins auf den Markt. Der Litecoin 2011, der ist gestartet mit 4 Cent und ist ebenfalls ins Unermessliche gestiegen und hat auch 450.000 Prozent Rendite gemacht und steht heute irgendwo bei 150 bis 180 US-Dollar. Und dann kam der Dash 2014, gestartet mit 81 Cent. Der steht heute bei ca. 800 Dollar und auch das sind 100.000 Prozent Rendite. 2015 kam dann noch der Ethereum, gestartet mit 2,83 Dollar und auch der steht bei ca. 1.000 US-Dollar. Das sind 35.000 Prozent Rendite. Also die kleinste aktuelle Prozentzahl, die wir hier im Chart sehen, ist der Ethereum, der 2015, wie gesagt, gestartet ist und in nur 2 Jahren nur 35.000 Prozent gemacht hat. Und dieser Markt ist einfach so unglaublich und das hat eben dazu geführt, dass hier innerhalb von nur 2 Jahren so viele Millionäre entstanden sind und zukünftig auch noch viele weitere entstehen werden. Was bedeutet eigentlich Cryptocurrency, also digitales Geld? Heute in diesem Zeitalter, wo alles nur noch mit dem Handy und mit dem Smartphone unterwegs ist, wo alles nur noch zack, zack geht in dieser globalen Welt und durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung, hängen wir immer noch an diesem alten Hartgeld. Ihr geht einkaufen, steht im Supermarkt an der Kasse und dann steht jemand vor euch, der kramt erstmal in aller Seelen Ruhe sein Kleingeld aus der Geldbörse. Die Schlange wird immer länger und das raubt uns einfach kostbare Lebenszeit. Und diese Zeit haben wir heute nicht mehr. Nicht mehr in diesem Zeitalter. Wir hetzen doch eh nur noch von links nach rechts und gleichzeitig habt ihr schon gehört, die Bargeldabschaffung wird kommen. Das heißt, es wird ein neues Kapitel der Währungen geben und das sind eben aktuell hier beispielhaft diese Vorreiter. Es ist Cryptocurrency. Wie und was und wer es dann letztendlich von diesen Coins schaffen wird, auch massentauglich zu sein, werden wir in der kommenden Zukunft erst noch feststellen und sehen. Ich war eigentlich im Großen und Ganzen auch bei diesem Markt nicht dabei und habe mich auch erst in den letzten zwei bis drei Jahren intensiver mit diesem Markt beschäftigt. Und nachdem wir uns nun diese Entwicklung betrachtet haben, stellt sich doch eigentlich nur eine Frage. Hast du von diesem Kuchen bereits schon ein Stück abbekommen? Und wenn nein, dann wird es Zeit, oder? Dann stellt sich an dieser Stelle doch nur eine einzige Frage. Wie? Wie können auch wir an diesem Megamarkt teilhaben, an dieser Jahrhundertchance, wenn man sich die Prozentzahlen ansieht? Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer nur seinen Emotionen hinterher rennt und in das Bestmögliche einfach sein Geld rein investiert. Wir sprechen hier von Exchange und Exchange heißt Börse. An der Börse wird Geld verdient, aber wo es Gewinner gibt, da gibt es eben auch Verlierer. Und dementsprechend ist es wichtig, diesen Markt zuerst genau zu analysieren, sich bewusst zu machen, wo die Chancen liegen, aber auch wo die Risiken stehen. Und schlussendlich geht es ja auch darum, dass ich die Chance habe, mit meinem Coin und für den ich mich entschieden habe, dass ich mit dem auch was machen kann. Deswegen haben wir, also wir als Platincoin gesagt, bevor wir einfach mal blind auf diesen Zug aufspringen, betrachten wir uns doch erst einmal den gesamten Markt aus der Vogelperspektive. Und dabei haben wir festgestellt, wenn man sich das Ganze mal sinnbildlich vorstellt, stellt sich die gesamte Kryptobranche wie ein Berg dar und jeder der heute existierenden Coins kämpft um diesen einen Gipfel. Auf der einen Seite haben wir den riesigen Bitcoin und auf der anderen Seite, wie bei einem Flaschenzug, reihen sich all die anderen eben ein. Wie so ein kleines Gegengewicht. Und ganz klar, um in andere Coins zu investieren, brauche ich den Bitcoin. Ich brauche in der Regel immer erst den Bitcoin, um an den Börsen in einen sogenannten Altcoin investieren zu können. Das heißt dementsprechend, wenn die anderen Coins auf der linken Seite an Wert wachsen, ziehen sie den Bitcoin automatisch mit nach oben. Und wenn ich mir den Markt mal so ganz genau betrachte und selektiere, wie viele Coins gibt es überhaupt, dann werdet ihr feststellen, dass auf Coinlib aktuell über 4000 Coins gelistet sind. Und von diesen 4000 Coins sind vielleicht schätzungsweise 1200 bis 1300 Coins überhaupt in der Lage, eine Blockchain und eine entsprechende Marktkapitalisierung nachzuweisen. Und das Spannende ist, ihr seht es hier oben, der komplette Markt hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 430 Milliarden US-Dollar. Und ihr seht ebenfalls, dass der Bitcoin alleine ca. 36% dieser Marktkapitalisierung ausmacht. Hier wird also an den Kryptobörsen bereits richtig viel Geld bewegt und dennoch sind die allermeisten Coins reine Spekulationsobjekte. Denn aktuell, ihr habt es gesehen, gibt es viele Coins mit fantastischen Renditen und nichtsdestotrotz kann ich aktuell mit keinem dieser Coins da draußen großartig etwas anfangen. Derzeit sind fast alle diese Coins nichts weiter als reines Spekulationsobjekt. Es gibt zwar aktuell viele Coins mit fantastischen Renditen, aber nichtsdestotrotz kann ich mit keinem dieser Coins da draußen großartig etwas anfangen, außer an der Börse zu spekulieren. Wenn ich heute in mein Café hier um die Ecke gehe, um dort einen Kaffee zu trinken, dann kann ich Stand heute mit meinen Coins kaum irgendwo bezahlen. Wenn ich meinen Café also mit Bitcoin bezahlen wollte, dann hätte ich im Gegenzug Transaktionsgebühren von ca. 12 bis 13 Euro. Das heißt auch, da sind die Coins heute noch überhaupt nicht massentauglich. Nur ein Coin, der es schafft für uns als Verbraucher, eine echte Währung darzustellen, mit dem man Waren und Dienstleistungen kaufen kann, wird diesen gigantischen Markt dominieren und anführen. Also nur das Kryptounternehmen, das es schafft, mit seinem Coin sinnhaften Nutzen zu stiften, wird eine echte Massentauglichkeit erreichen und damit eine langfristige Daseinsberechtigung erlangen. Zumal wenn man weiß, dass sich heute gerade einmal 1% der gesamten Weltbevölkerung überhaupt in irgendeiner Form an diesem Markt beteiligen. Aus der Vogelperspektive betrachtet, konnten wir also entspannt feststellen, was die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind, um sich überhaupt auf dem Markt und in diesem Business langfristig etablieren zu können. Als erstes benötigt man eine Technologie. Eine Blockchain alleine reicht da nicht aus, denn die ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt an der Börse gelistet zu werden. Jede Technologie braucht ein wirkliches USP, also ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Und zwar einen Coin, der eine Sinnhaftigkeit und einen Nutzen für den ganz normalen Menschen im Alltagsleben hat. Als zweites braucht man eine funktionierende Community. Nur durch eine funktionierende Community haben wir auf der einen Seite die Akzeptanz und dadurch auf der anderen Seite überhaupt das notwendige Wachstum. Als drittes, man braucht eine Infrastruktur. Infrastruktur bedeutet Verfügbarkeit und vor allem eine Verwendbarkeit des Coins, auch außerhalb der Community. Man muss echte Händlernetzwerke und Akzeptanzstellen erschaffen. Als viertes zählt die Erschließung des Finanzmarktes. Die meisten Coins versuchen gegen die Banken anzukommen und geraten so in eine Konfrontation. Dabei ermöglichen erst Kooperationen mit Banken die flächendeckende Akzeptanz des jeweiligen Coins. Entsprechend war das Resümee für uns, man darf nicht mit dem Bitcoin konkurrieren, sondern muss seinen eigenen Markt kreieren. Ja und dementsprechend haben wir uns als Platincoin einen eigenen Berg kreiert und sorgen parallel für unser eigenes Gegengewicht. Das heißt, wir schaffen einen eigenen Markt, ein neues Zeitalter, indem wir auf diese vier Erfolgsfaktoren ganz genau achten und diese umsetzen. Die meisten Coins haben als Endziel die Listung an einer Exchange. Doch genau hier fängt unsere Arbeit erst richtig an. Denn nur weil ich als Coin gelistet bin, habe ich noch lange keine Infrastruktur, Akzeptanz und keine Community, die tatsächlich Bock hat, meinen Coin zu verwenden. Und wie schon zu Beginn erwähnt, haben Stand heute nicht mal 1% der Weltbevölkerung jemals was von Kryptowährungen gehört. Die gesamte Kapitalisierung des Kryptomarktes beträgt ca. 400 Milliarden US-Dollar. Und dieses riesige Volumen stammt von lediglich 15 Millionen Usern. Das heißt, weltweit gibt es heute ca. 15 Millionen Menschen, die physisch Coins besitzen. Allein Tokio, ja, da leben 15 Millionen Einwohner und das sind genauso viele Menschen, wie der gesamte Kryptomarkt an Usern hat. Und dennoch haben es diese 15 Millionen Menschen geschafft, einen Markt mit einer Wirtschaftsstärke von 400 Milliarden US-Dollar entstehen zu lassen. Wie groß wäre das Wirtschaftspotenzial des Kryptomarktes, wenn die Community nicht 15 Millionen, sondern 150 Millionen User groß wäre? Uns ist Folgendes extrem aufgefallen. Die meisten Marktteilnehmer versuchen lediglich, den existierenden Markt unter sich aufzuteilen, anstatt darüber nachzudenken, wie man diesen Markt und sein Potenzial um ein Vielfaches skalieren kann. Seit 2009 konnte der Kryptomarkt nur in Anführungsstrichen 15 Millionen User aufbauen. Um einen richtigen Durchbruch zu erreichen und den Markt auf das Zehnfache zu skalieren, müssen neue Wege gegangen werden und andere Märkte angesprochen werden. Über welche Märkte sprechen wir also? Es gibt aus unserer Sicht vier Märkte, welche ein großes Potenzial für unsere Community bieten. Der Kryptomarkt hat mit 15 Millionen Teilnehmern eine Marktkapitalisierung von 400 Milliarden US-Dollar. Die Branche Network Marketing liegt mit 110 Millionen Teilnehmern da schon bei 1,1 Billionen US-Dollar. Der regulierte Finanzmarkt ist etwa 17 Billionen Dollar groß. Und die Kapitalisierung des gesamten globalen Marktes beträgt mehr als 65 Billionen US-Dollar. Die Aufgabe besteht nicht darin, den bestehenden Kryptomarkt weiter aufzuteilen, sondern andere große Märkte erfolgreich zu erschließen und wir haben eine ausgeklügelte Strategie und innovative Produkte entwickelt, um diese Aufgabe zu lösen. Und wie jede große Reise beginnt alles mit dem ersten Schritt. Sozusagen mit der Phase 1. Unsere Story als Platincoin begann im April 2017 mit einer großen Vision und einer Handvoll Menschen, die dieser Vision vertraut haben. Den ersten großen Meilenstein haben wir erfolgreich im März 2018 erreicht. Wir sind als echter Coin auf einer renommierten Exchange mit mehr als 2,2 Millionen Usern gelistet. Auch wir haben mit 10 Cent gestartet und haben schon die 5-Dollar-Marke überschritten. Das entspricht einem echten Wachstum von mehr als 5.000%. Nun ist auch Platincoin ein fester und reeller Bestandteil dieses gigantischen Marktes. Mittlerweile haben wir eine eigene Community von weit mehr als 200.000 Menschen und sind bereits in mehr als 150 Ländern vertreten. Diejenigen, die uns von Beginn an vertraut und an uns geglaubt haben, wurden nicht enttäuscht. Der Börsengang und das damit beginnende Zeitalter wurde in Dubai bei unserem Mega-Event im Atlantis Hotel gebührend gefeiert. 3.000 Menschen aus über 80 Ländern und 155 Diamonds war die Freude ins Gesicht geschrieben, als die Listung des PLCs und der Börsenkurs von über 5 Dollar präsentiert wurde. Und diejenigen, die auch weiterhin zu uns stehen, werden in den nächsten 12 Monaten mit Platincoin noch weitere große Erfolge feiern können. Denn nun erst beginnt unsere Arbeit, wo für die meisten die Arbeit endet. Unsere Vision ist ganz klar. Wir wollen entscheidend zur Vergrößerung des Kryptomarktes beitragen. Der Kryptomarkt muss durch Massentauglichkeit und maximale Verwendbarkeit punkten, um ihn auf 150 Millionen User zu bringen. Wir selbst sind jetzt ein fester Bestandteil des Kryptomarktes und sehen unsere Aufgabe darin, unseren Beitrag für die Entwicklung des Marktes zu leisten. Wir glauben, dass diese Aufgabenfelder noch ein riesiges Entwicklungspotenzial haben. Und deswegen machen wir unsere Vision zu unserer Mission. Was braucht der Kryptomarkt, um zu wachsen? Hauptsächlich sind es vier Dinge. Er braucht professionelle, intelligente Börsen, eine stetig wachsende Community, eine ausgebaute Infrastruktur und weltweite Akzeptanzstellen. Was können wir nun als PLC der Krypto-Community bieten? Stell dir mal vor, wir hätten eine Zeitmaschine und reisen damit in die Zukunft. Wie würde wohl eine optimale und funktionierende Krypto-Plattform der Zukunft aussehen? Stand heute würden wir sagen, erstens, es müsste eine innovative Exchange mit künstlicher Intelligenz und einer Vielzahl professioneller Tools all inklusiv und alles aus einer Hand sein. Sie braucht ein integriertes Social Network, welches die Entwicklung des Marktes aktiv mitgestaltet. Einen integrierten Krypto-Messenger und mehr als 100 Millionen User. Einen integrierten Online-Shop, in dem Sie Waren mit allen Coins weltweit kaufen können. Und eine integrierte Debit-Card, die weltweit Ihre Guthaben auf der Exchange verfügbar macht. Und diese Plattform braucht eine interaktive Community aus unterschiedlichen Märkten, die weltweit miteinander kommunizieren und vom Kryptomarkt profitieren. Das ist doch eine faszinierende Vorstellung, oder? Du kennst doch diesen berühmten Spruch, alle Träume klingen verrückt, bis sie wahr werden. Für uns ist das nicht nur ein Traum, sondern eine klare Strategie für die kommenden 12 Monate. Wir bei Platincoin haben bereits angefangen, diese Zukunft zu gestalten. Warum ist es für Platincoin so wichtig, sich mit diesen Themen fokussiert zu beschäftigen? Für viele Krypto-Unternehmen ist der Börsengang der Höhepunkt ihrer Entwicklung. Für uns war der Börsengang ein wichtiger, aber eben nur der allererste Schritt. Und jetzt schauen wir uns mal die 10 größten Kryptobörsen an und fokussieren uns hier einmal auf die ersten 3. Jede einzelne dieser 3 Börsen macht am Tag so viel Umsatz wie Coca-Cola in einem ganzen Monat. Jede einzelne von ihnen. Also schauen wir uns doch mal ganz konkret die Nummer 1 an, die Exchange Binance. Binance. Und Binance, die ihre Börse mit ihrem eigenen Coin-BnB im Juli 2017 gelauncht haben und der dort als einer der Basis-Coins gelistet ist, belegt ganz klar, alles ist möglich. Und gleichzeitig mit dem enormen Wachstum ihrer Börse hat es auch den Kurs ihres eigenen Coins, den BnB, in die Höhe schießen lassen. Binance ist heute noch nicht einmal ein Jahr alt und konnte bereits nach nur ein paar Monaten eine Community von über 6 Millionen Usern nachweisen und dreht am Tag über 3,8 Milliarden US-Dollar. Und sie verdienen an jeder einzelnen Transaktion einen Fee von 0,02%. Und jetzt kann jeder mal ausrechnen, was da zusammenkommt. Alleine diese 10 Börsen bewegen am Tag über 19 Milliarden US-Dollar. In nur einem Monat drehen allein die Top-10-Börsen aktuell 570 Milliarden US-Dollar. Das heißt, nochmal zum Verständnis, wir reden hier beim gesamten Kryptomarkt von 400 Milliarden US-Dollar und einem Trading-Volumen von 570 Milliarden US-Dollar. Und das ist der beste Beweis dafür, dass es sich hierbei um einen reinen spekulativen Markt handelt. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, aber dennoch kann ich damit in meinem Café um die Ecke keinen Kaffee bezahlen. Und Platincoin hat jetzt somit als Hauptinvestor mit Exklusivrechten ein Projekt mit dem Arbeitstitel Exchange 2.0 ins Leben gerufen. Es ist ein Arbeitstitel und der echte Titel dieser Börse wird aber erst zum offiziellen Launch im August diesen Jahres bekannt gegeben. Ich kann euch aber sagen, dass dieses Projekt bereits sehr weit fortgeschritten ist. Das heißt, wir werden hier eine Mega-Krypto-Plattform ins Leben rufen. Und das Ganze wird mit einem ICO gestartet, der wie schon gesagt im August gelauncht wird. Das wird ein absolutes Megaprojekt. Also es gibt ja da draußen wirklich sehr, sehr gute Coins mit sehr guten Ideen dahinter und auch ganz fegen Köpfen mit wirklich fantastischen Lösungen. Nur es sind immer Einzellösungen. Und es hat bis heute noch keiner geschafft, diese gesamten Einzellösungen in eine Gesamtlösung zu implementieren. Und genau das ist nun die Vision und natürlich auch die Mission von Platincoin. Eine Krypto-Plattform, wo viele fantastische Einzellösungen vereint werden. Und hier wird jedem Trader eine sehr gute Plattform geboten, wo die Trader tatsächlich ihre Ratings bekommen. Es gibt ja bereits Plattformen, wo die guten Trades von Tradern einzusehen sind und alle User so an der Plattform haben die Möglichkeit, diesen Trader zu bewerten. Und anhand dieser Bewertung beziehungsweise Ratings kann man dann selbst guten Tradern mit seinen eigenen Trades folgen. Man kopiert also quasi einfach die Trades erfolgreicher Trader. Man kann dort über eine Social-Media-Plattform, die wir auch schon als Einzelnes für uns kreiert haben, in eine Gesamtkommunikation gehen. Es wird ein Analytics-System geben, über das man alle Charts, Signale, Datas, das Scoring von jedem Trader einsehen kann, sodass selbst der Laie eine mega Arbeitsplattform vorfindet, wo ich genau sehe, welcher Coin macht Spaß, welcher Coin macht vielleicht weniger Spaß, welcher Trader ist gut, welcher Trader ist eben weniger gut. Und so kann ich eben selbst auch als Laie mich schon mal 100% auf das System einlassen. Ja und somit hätten wir schon mal eine richtig gute Exchange, aber immer noch keine Marktfähigkeit. Und jetzt komme ich genau zum zweiten Part, der hier auf der rechten Seite abgebildet ist, denn in dieser Exchange wird ebenfalls direkt ein globaler Marktplatz mit eingebaut. Und das bedeutet, dass ihr direkt mit euren Coins unmittelbar aus dieser Plattform heraus Waren und Dienstleistungen kaufen könnt. Weil dort drinnen werden wir jetzt die Händler und Dienstleister anbinden und somit dort die Infrastruktur erhöhen und vergrößern. Das heißt, also ihr könnt direkt aus der Exchange mit euren Coins dort auf diesem Marktplatz Waren und Dienstleistungen erwerben. Wollt ihr aber eure Coins lieber zurücktauschen in Fiat-Währung, also Euro oder Dollar, stellt die Plattform der Community eine eigene Debitcard zur Verfügung. Das heißt, wir werden auch dort in die Verwendbarkeit kommen. Wir werden in diese Plattformen zu einfachen internen Kommunikationen, aber auch um die Außenwelt mit einzubinden, eine Social Media Plattform mit einbauen. Dazu kommt unser Krypto-Messenger, der bereits jetzt schon in der Beta-Phase von unserer Community getestet wird und sowohl im Apple Store als auch im Windows Play Store zur Verfügung steht. Es ist bereits jetzt schon ein vollständiger Messenger, der mit allen Funktionen ausgestattet ist, die man auch von anderen Messengern her kennt, wie Videotelefonie, Nachrichtenschreiben, Videokonferenzen, Gruppen und so weiter. Und unser Messenger wird ebenfalls, und das ist absolut einzigartig in der Branche, ein eigenes Krypto-Wallet enthalten, über das man dann seine Coins absolut sicher verwalten kann. Ja, und gleichzeitig werden wir mit unserem Krypto-Messenger Menschen ansprechen, die heute ohnehin schon einen oder mehrere Messenger nutzen und viel Zeit damit verbringen. Auch sie werden zukünftig unseren Messenger nutzen. Warum? Unser Messenger wird jede Art von Aktion dort mit einer entsprechenden Anzahl an Platin-Coins belohnen. Auch das absolut einzigartig. Und spätestens jetzt werden sich Menschen, die vorher mit dem Thema Kryptowährung noch nie etwas zu tun hatten, automatisch mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil sie mit Coins bezahlt werden und irgendwo müssen sie diese ja dann auch einlösen. Und das ist unsere Krypto-Plattform. Jetzt stellt Sie doch mal vor, wie sich das auf das Wachstum unserer Community auswirken wird. Denn eine große Community ist eine der absoluten Schlüsselfragen in dieser Branche, ob ein Coin erfolgreich wird oder nicht. Und hier somit mal ein Screenshot aus der Exchange, damit ihr seht, es ist nicht nur eine Vision, sondern sie ist schon in der Programmierung und auch schon sehr weit fortgeschritten. Ihr seht hier also ein echtes Bild von der Exchange, damit ihr euch vorstellen könnt, wie so was tatsächlich aussieht. Und das hier ist beispielsweise eine Maske, wie wir uns das für einen Trader vorstellen. Da sieht man ganz genau sein Ranking, der hat so und so viele Coins, man sieht ganz genau wie viel Volumen er schon bewegt hat und im Tortendiagramm sieht man wie er sein Kapital aufgeteilt hat und somit bekommt man ein sehr gutes Gefühl dafür, was geht und was geht nicht. Am Anfang war kennt eben genau diesen Berg weil genau das schon von Anfang an unsere Vision war und das sagt ja ganz klar aus wir bauen unser eigenes Gegengewicht wir wussten also schon immer diese vier Punkte sind unser Gegengewicht und es stellte sich immer die Frage was bringt diesen Berg zum Wachsen und die Antwort ist ganz klar unsere Exchange 2.0 das heißt die Krypto Plattform die Exchange 2.0 bietet unserem Coin eine Positionierungs Möglichkeit indem wir dort als einer der Basis Coins gelistet sein werden und jetzt erinnert ihr euch an die Reise von Binance und welchen Hype es für ihren eigenen Coin BNB ausgelöst hat und genauso sind wir positioniert auf der Exchange 2.0 und das ist einfach unser Benefits als Investor und warum wir dort eingestiegen sind alles um den Platincoin herum dient einmal der Stabilisierung ihn marktfähig zu machen und im dritten Schritt den Preis nach oben zu katapultieren und da ist die Reise ganz klar unsere Vision und der nächste Schritt sind die 10 Euro danach ist der nächste Schritt 50 Euro dann die 100 Euro und dann haben unsere COs Alex und Maxim in einem der letzten Webinare ihr Statement bereits abgegeben dass sie nicht ruhen werden bis der Platincoin die 1000 Euro erreicht hat ja und da stellt sich an dieser Stelle die Frage wenn wir sagen der Platincoin macht so eine fantastische Reise wie kommen wir dann an unseren Platincoin und um den Platincoin zu bekommen gibt es aktuell zwei Wege entweder du erwirbst ihn direkt zum Tagespreis an der Exchange wo du mit ihm entweder traden kannst du kannst ihn in Fiat Währung auszahlen oder auch einfach halten du kannst also damit machen was du willst oder aber du nutzt unser exklusives Produktangebot was dir die Firma Platincoin zur Verfügung stellt was heißt das wir vermarkten aktuell ein Platincoin Minting Programm unsere Minting Units der eine oder der andere hat bestimmt schon einmal etwas von Mining gehört und ganz vereinfacht gesagt bedeutet es nichts anderes als dass ich neue Coins für mich produziere doch um sich an diesem Prozess überhaupt beteiligen zu können benötigt man sowohl große technische Ressourcen als auch das nötige Fachwissen der Prozess des Minings verbraucht heute enorme Mengen an Energie so dass sich das für den Einzelnen eigentlich kaum noch lohnt es gibt auch beim Mining die Möglichkeit sich über sogenannte Mining Pools an diesem Prozess zu beteiligen aber die Situation zeigt es ganz deutlich dass auch dieser Prozess immer unlukrativer wird warum ja weil der Schwierigkeitsgrad steigt die Energiepreise steigen und auch die Preise für die benötigte Hard und Software also um beim Minen seinen Return of Invest zu schaffen wird sehr viel Zeit vergehen müssen und dieser Prozess wird zudem immer und immer schwieriger und somit ist es ganz klar wenn wir ja also davon ausgehen dass die Leute die heute meinen und auch in nächster Zeit noch meinen werden eher Geld drauflegen müssen als dass sie damit in der Zukunft Geld verdienen werden und wir haben einfach aufgrund unserer Konzeption unserer Blockchain Technologie einen anderen Smart Contract und bei uns ist es das Minting so wie es also auch schon unser Produktname sagt es sind Minting Units haben wir ein anderes Verfahren und zwar erzeugen unsere Minting Units einen Zins genauso musstest dir auch vorstellen das heißt du mietest bei Platincoin einen Minter an für die nächsten 36 Monate und diese Hardware beinhaltet eine Software Technologie und du bekommst in diese Technologie ein sogenanntes Hardware Wallet das für dich auch eine Node darstellt und um jetzt ein bisschen fachlicher zu werden eine Node ist ein weiterer Knotenpunkt in der Blockchain selbst heißt aber auch für dich alles ist somit absolut transparent und auf dem Blockchain Explorer unter Blockchain .info nachzulesen dort kannst du jede einzelne Transaktion und jeden einzelnen Block ganz genau transparent und offen nachvollziehen und um an dieser Stelle gleich noch eine weitere Frage zu klären und zwar die nach der Dezentralität des Platin Coins also sobald ein Coin an der Exchange gelistet ist ist er dezentral und jeder weitere Minting Unit erzeugt eine weitere Node also einen dezentralen Knotenpunkt in der Blockchain Wir den Platin Minter anschauen denn als Unternehmer ist es doch meine Aufgabe immer danach zu schauen minimaler Aufwand und maximaler Ertrag und genau das ist der Platin Minter warum ihr seht es ja hier ich bekomme pro Minting Unit prozentual immer weniger Coins umso billiger die Minting Units werden das heißt die höchste Ausschüttung an Coins die ich in mein Wallet gebucht bekomme ist tatsächlich über den Platin Minter also gehen wir mal konkret in die Erklärung du erwirbst einen Platin Minter für brutto 9.951 Euro also inklusive einer Transaktionsgebühr und netto sind es 9.300 Euro so und was bekommst du jetzt ganz genau dafür du bekommst zum einen die Hardware Wallet gestellt du bekommst einen Controller also sozusagen die Software die das Ganze berechnet und kontrolliert das abläuft du hältst eine Node die deine eindeutig identifizierbare ID Nummer enthält und gleichzeitig einen weiteren Knotenpunkt in unserer Blockchain darstellt und du erhältst ein eigenes Hardware Wallet und diese Einheit die du dir jetzt für die nächsten 36 Monate mietest produziert bereits ab dem nächsten Tag für dich eigene Coins in dieser Einheit legt Platin Coins dir 10.044 Coins und im Jahr produziert dann dein Platin Minter 10% neue Coins für dich zum Verständnis die 10.044 Coins bleiben natürlich Eigentum der Platin Genesis und gehen nach Ablauf der 36 Monate wieder zurück in das Eigentum der Platin Genesis Die komplette Einheit also inklusive der Coins ist also für 36 Monate gemietet aber alle Coins die innerhalb dieser 36 Monate erzeugt werden die gehören selbstverständlich dir und stehen dir frei zur Verfügung Zusätzlich bekommst du noch sogenannte Stimmen oder auf Englisch Voices und was es mit den Stimmen auf sich hat dazu komme ich gleich im Anschluss hier geht es jetzt erst mal um die Coins Ich fasse also noch mal kurz zusammen du bekommst beim Platimenter monatlich eine Max Rate an Coins von 83,7 Coins pro Monat in dein Dashboard und zusätzlich 4650 Stimmen Max Rate deshalb weil nicht jeder Monat gleich viele Tage hat und deshalb im einzelnen Monat die Höhe der Coins abweichen kann aber innerhalb der 36 Monate im Schnitt eben die 83,7 Coins pro Du hast diese Einheit als Minting Unit für die nächsten 36 Monate gemietet das Ganze wird scharf geschaltet Platincoin hat deine Coins dort reingelegt und ab dem nächsten Tag geht es bereits los und auch das ist keine Selbstverständlichkeit vom Mining her kennen wir Wartezeiten von 30 Tagen 60 Tagen 120 Tagen und was auch immer Bei uns mietest du dir deine Minting Unit Einheit an und am nächsten Tag und wenn du verifiziert bist kannst du diese dementsprechend sofort aus deinem Dashboard auf dein Wallet transferieren und was auch nicht selbstverständlich ist Platincoin übernimmt bis auf weiteres sogar die Transaktionskosten aus deinem Dashboard auf dein Wallet denn hier fallen normalerweise bereits die ersten Transaktionsgebühren in der Blockchain an das heißt also sobald du deine Coins in deinem Wallet hast kannst du damit machen was du möchtest ab dem nächsten Tag werden die geminderten Coins täglich in dein Dashboard eingebucht und stehen dem User zur freien Verfügung du kannst dann hier zum Beispiel sagen du gehst an die Exchange Trades damit oder tauscht sie in Fiat Währung ein oder du gehst damit direkt Dienstleistung oder Waren einkaufen jetzt haben wir ja im Dashboard einen internen Index von 5 und wir gucken ja immer dass der interne Index sich der Börse anpasst aktuell sind wir wie gesagt bei 5 und somit auch aktuell unter dem offiziellen Börsenpreis sobald wir also intern die 100% erreicht haben wird der interne Index auf 10 hoch springen was heißt das konkret für dich und deinen Geldbeutel wenn du jetzt im Prinzip beim internen Index von 5 deinen Platinminter kaufst bekommst du täglich 2,79 Platincoins ausgeschüttet und das für die nächsten 1080 Tage also insgesamt auf die 36 Monate hochgerechnet 3013 Platincoin gehen wir also dahin dass der interne Index der die Berechnungsgrundlage für unsere Minting Units darstellt auf 10 hochgeht was heißt das konkret für dich und deinen Einkauf und warum solltest du dir überlegen heute schon deine Minting Units zu erwerben und nicht noch abzuwarten weil denkt dran jeder entgangene Gewinn ist auch ein Verlust geht der Index also auf 10 hoch bekommst du dementsprechend auch nur noch die Hälfte an Coins ausgeschüttet das sind keine 83,7 Coins im Monat mehr sondern nur noch 41 85 pro Monat und dementsprechend bei der Hälfte bekommst du auch nur die Hälfte täglich ausgeschüttet und somit sind es dann auch kumulativ nur noch 1506 Platin Coins in 36 Monaten und geht dann der Coin wie bereits schon im Dashboard abgebildet auf 50 Euro bekommst du keine 83,7 mehr sondern nur noch 8,37 Coins pro Monat und somit ist es dann in der Ausschüttung über 36 Monate auch nur noch 301,3 Coins die du bekommst das sind dann nur noch ein Fünftel also 20 Prozent von dem mittleren Beispiel hier mit dem Index von 10 oder nur noch ein Zehntel von dem Preis mit 5 Euro du siehst das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied und das heißt auch da wird der schnellere absolut belohnt warum solltest du also jetzt unsere exklusiven Minting Units nutzen und nicht direkt an der Börse kaufen wenn wir jetzt wieder zurück gehen auf diese Fünfe Einheit und du sagst du nimmst jetzt diesen Brutto Betrag von 9.951 und gehst damit direkt an die Exchange und kaufst dort deine Platin Coins zum Stück Preis von 5 Euro ein bekommst du aber dafür die Minting Unit erwerben bekommst du 3013 PLC das ist mathematisch für dich gerechnet ein Preisvorteil von 1023 Coins in dem du nicht direkt an der Börse kaufst sondern über das Angebot von Platin Coins direkt gehst eben über die Minting Units die du dann innerhalb der nächsten 36 Monate ausgezahlt bekommst und das macht mehr als die Hälfte aus als wenn du jetzt direkt an der Börse kaufen würdest und jetzt stell dir mal vor du hättest damals bei Bitcoin überlegt nehme ich jetzt 1900 Coins oder 3000 Coins und hättest dich für 1900 Coins entschieden beim heutigen Preis ist glaube ich jedem klar wie viele Millionen du damit verschenkt hättest das ist eben genau auch diese Idee dahinter wie spannend es eben ist über diese Minting Units zu gehen das klingt jetzt alles viel technischer als es in Wirklichkeit ist es ist tatsächlich ganz einfach und diesen ganzen technischen Part übernimmt zu 100% Platin Coins für dich deine einzige Aufgabe ist es lediglich eine gute kaufmännische Entscheidung zu treffen jetzt haben wir ja vorher schon nicht nur über die Minting Units gesprochen und den Platin Coins als solches sondern haben ja auch darüber gesprochen dass wir den Coin über die Börse promoten wollen und warum wir uns mit der Börse beschäftigt haben ist denke ich jedem angesichts dieser Folie sehr deutlich geworden also ich kenne aktuell nichts was solche Umsatzzahlen in dieser Form derzeit dreht und jetzt war natürlich die Idee von Platin Coin aufgrund von vernünftigem unternehmerischen Handeln und Denken sich entsprechend zu positionieren und von einem kleinen Unternehmen zu einem Großkonzern zu werden jetzt haben wir aber nicht vergessen dass wir da sind aufgrund unserer Community und den Kunden die uns bis heute dahin vertraut haben und an uns geglaubt haben somit möchten wir auch dieses Vertrauen der Community wieder zurückgeben und deshalb haben wir in unsere Minting Units sogenannte Voices also Stimmen eingebaut und mit diesen Stimmen könnt ihr euch proaktiv auf der Exchange beteiligen ihr könnt die Stimmen beispielsweise für Abstimmung und andere Dinge einsetzen wo einfach eure Mitwirkung als Community gefragt ist und als Dankeschön dafür könnt ihr eure Stimmen die ihr zur Verfügung gestellt bekommen habt einsetzen und ihr bekommt daraus entweder direkt einen Discount bei Waren Dienstleistungen und auf der Trading Plattform oder ihr könnt euch diese Aktivitäten direkt bezahlen lassen und mit dem bezahlen meine ich in Form von Fiat Währung das heißt ihr werdet für eure Aktivitäten mit euren Stimmen auf der Exchange direkt belohnt wie sieht sowas aus wir bauen jetzt eine Exchange 2.0 und wir haben gesagt wenn eine Börse wie Binance es geschafft hat nach nicht einmal einem Jahr über 3,8 Milliarden zu drehen wäre das doch auch für uns eine Nummer an der wir uns einfach orientieren können aber wir wollen mal kleine Brötchen backen und uns auch nicht reich rechnen also wirklich so wo wir sagen mit dieser Infrastruktur mit diesen Positionen und Futures auf der Exchange können wir uns selbst dort einpendeln und es ist ganz klar wir werden uns im oberen Drittel einpendeln und somit haben wir für uns einfach mal ein Reagenzglas angenommen dass wir ungefähr 250 Millionen Tagesvolumen drehen können das würde mathematisch in unserem Wirtschaftsplan bedeuten wir würden im ersten Jahr der Exchange einen Gewinn von 100 Millionen Dollar machen im zweiten Jahr 200 im dritten Jahr 300 im vierten Jahr 400 und im fünften Jahr 500 Millionen Dollar und Platincoin hat sich eben gesagt wir möchten unsere Community teilhaben lassen an dieser fantastischen Reise und möchten anstatt das Marketing Budget in den Markt zu geben also in Printmedien und TV Werbung dieses Budget lieber an unsere Community zurückgeben und somit habt ihr einen tatsächlichen Anteil am Marketing Budget durch eure Aktivitäten Im ersten Jahr beträgt der Anteil 60% von den 100 Millionen dann 50% von 200 Millionen und so weiter bis ins fünfte Jahr wo es dann noch 20% von 500 Millionen sind hochgerechnet in Dollar heißt das im ersten Jahr stehen 60 Millionen im zweiten Jahr 100 im dritten und vierten Jahr 120 und im fünften Jahr 100 Millionen zur Verfügung Die Exchange stellt exklusiv nur für Platincoin Partner insgesamt 25 Millionen Stimmen für dieses Projekt zur Verfügung und hier auch gleich ein Hinweis direkt an dieser Stelle diese Stimmen sind in unseren Minting Units nur noch bis zum Launch des ICOs dafür in den Minting Units enthalten das heißt wir kalkulieren damit dass wir mit dem ICO im August loslegen und danach wird es dann keine Stimmen mehr geben und logisch ist auch je kleiner die Minting Unit ist desto weniger Stimmen gibt es auch also wie gesagt aus kaufmännischer Sicht reden wir deshalb hier auch immer vom Platin Minter das heißt ich habe nicht nur 83,7 Coins die ich jeden Monat bekomme sondern bekomme auch 4650 Stimmen von insgesamt 25 Millionen Stimmen die insgesamt für dieses Projekt zur Verfügung gestellt werden In dieser Beispielrechnung gehen wir davon aus dass insgesamt 25 Millionen Stimmen gleichzeitig oder gleichbleibend über 5 Jahre also 5 Millionen pro Jahr zum Einsatz kommen und jeder Besitzer von Stimmen entscheidet natürlich selbstständig wann er wie viele Stimmen einsetzen möchte es liegt einzig und allein bei dir ob du deine Stimmen über die 5 Jahre aufteilst oder alle direkt im ersten Jahr abgibst oder strategisch deine Stimmen vielleicht erst im dritten und vierten Jahr einsetzt das steht dir also völlig frei jede Stimme im ersten Jahr ist demnach 12 Dollar wert im zweiten Jahr 20 im dritten und vierten Jahr jeweils 24 Dollar und im fünften Jahr 20 Dollar um jetzt aber mal irgendein Beispiel hier darstellen zu können haben wir uns entschieden dass wir sagen wir gehen davon aus dass diese Stimmen einfach mal gleichmäßig verteilt werden das bedeutet ihr würdet jetzt von diesen 4650 Stimmen die in einem Platin Minte enthalten sind und ihr wisst ihr könnt so viele Minting Units erwerben wie ihr möchtet 930 Stimmen pro Jahr einsetzen umgerechnet auf das jeweilige Marketing Budget pro Jahr ergeben sich also folgende Zahlen im ersten Jahr bedeutet das für dich 11.160 Dollar im zweiten Jahr 18.600 im dritten und vierten Jahr 22.320 und im fünften Jahr nochmal 18.600 Dollar das heißt also diese Ergebnisse sind gemäß unseres Wirtschaftsplanes keine Utopie und realisierbar denn bei dieser Berechnung wurde absolut gering gerechnet und wir haben auf der Folie mit den Börsen gesehen was bereits heute an den Kryptobörsen für Umsätze möglich sind das würde tatsächlich bedeuten wenn man das jetzt so in dieser Aufteilung hat dass man die Stimmen gleichmäßig über die fünf Jahre abgibt dass du nach dieser Rechnung noch einmal 93.000 Dollar für die Aktivität mit deinen Stimmen on top bekommst und das ist eben das spannende dabei einmal die Community für ihre Aktivität zu belohnen und zum anderen dient ja die Exchange 2.0 dazu den Kurs des Platin Coins ins Universum zu katapultieren also ich bin ehrlich wir reden hier nicht über die Top 10 sondern wenn diese Nummer genauso aufgeht sprechen wir von einem absoluten Light Coin ich fasse also mit dieser Folie noch mal alles kurz zusammen das heißt auf der linken Seite bekomme ich in der Minting Unit meine Coins die ich tagtäglich tröpfchenweise gut geschrieben bekomme über die gesamte Mietdauer also über 36 Monate beim Platin Minter also 3.013 Coins und jetzt nur mal den schlechtesten Fall angenommen der Kurs bleibt einfach bei 5 Dollar stehen dann habe ich gemacht und das heißt tatsächlich es ist eine Wertsteigerung von 62 Prozent netto wenn ich jetzt aufs Jahr runterbreche heißt das ich habe etwas mehr als 20 Prozent pro Jahr gemacht bei gleichbleibend Kurs geht der Kurs auf 10 hoch habe ich 100 Prozent oben drauf und geht der Kurs auf 20 hoch denke ich dass ihr euch ausmalen könnt wie sich das Ganze entwickeln wird das ist einfache Mathematik und auf der anderen Seite erhalte ich zusätzlich noch on top Stimmen und diese Stimmen setze ich auf der Exchange 2.0 ein und werde auch noch mal dafür belohnt also bezahlte Aktivität ja und wie gesagt wenn ich auf der einen Seite mit nur einem Platin Winter bei gleichbleibendem Kurs 15.000 oder bei einem Kurs von 10 30.000 Euro mache und auf der anderen Seite noch mal 93.000 und da gehen wir jetzt vom Wirtschaftsplan aus ist das natürlich ein unheimlich lukratives Geschäft und selbst wenn wir mal davon ausgehen dass nur die Hälfte von dem was wir gesehen haben eintritt habe ich aktuell immer noch einen Mega Deal gemacht im Vergleich zu allem was da draußen derzeit auf dem Markt angeboten wird also dieses ist für mich eines der genialsten Produkte die ich aktuell auf dem Markt gesehen habe und auch Menschen die sich in der Branche bestens auskennen und wissen wovon sie reden haben mir das auch genau so bestätigt und sind hellauf begeistert davon vor allem auch aufgrund der Transparenz die hier seitens des Unternehmens geleistet wird denn jede einzelne oder jede einzelne Coin der mit der Not aus den Minting Units produziert wird ist auf dem Blockchain Explorer ganz genau nachzuvollziehen das heißt ich kann ganz genau sehen wann welcher Coin mit welcher Not hergestellt wurde und das ist natürlich absolut mega also ich würde sagen wir haben unserer Meinung nach alles getan dass wir gesagt haben wir achten auf diese vier Bereiche weil der eine oder andere hat es ja auch schon mitgekriegt wir haben ja auch als Initiatoren einen eigenen Blockchain Fonds mitkreiert und all diese vier Punkte beachten wir wir haben eine eigene Compliance jede Zahlung wird mit einer Rechnung hinterlegt wir nehmen keine Bargelder an damit hier kein Verdacht der Geldwäsche aufkommen kann und genau aus diesem Grund waren auch die Banken bereit mit uns gemeinsam zu kooperieren nicht umsonst haben wir jetzt auch eine eigene Debit Karte auszustellen die ersten Karten sind bereits schon ausgeliefert und im Einsatz und somit können wir ganz klar sagen wir haben unser eigenes Gegengewicht geschaffen und folgen unserer Vision diesen Markt eben zu skalieren und zu vergrößern und das Ganze geht eben mit der Exchange 2.0 und die wird dafür sorgen durch die Minting Units unseren Coin ganz nach oben zu katapultieren und intern wird es ja auch schon bereits abgebildet wo die Reise vom Index her hingehen wird nämlich jetzt im nächsten Step auf 10 und im darauffolgenden Step eben direkt auf 50 und das wird höchstwahrscheinlich schneller gehen als der ein oder andere sich gerade jetzt noch vorstellen kann ja und mit diesen Worten möchte ich mich von dem heutigen Webinar verabschieden wünsche euch denjenigen der euch heute hier zu diesem Webinar eingeladen hat fragt ihn wie die Konditionen sind zu den sieben Minting Units und wann der optimale Zeitpunkt ist dabei zu sein ob heute noch oder direkt jetzt gleich in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Vielen Dank. Vielen Dank.